Guten Abend sehr geehrte Imzentrum Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen heute über künstliche Intelligenz größen, was sind die Chancen, was die Gefahren ist, übergebe an Claudia Feiterer. Was für eine Begrüßung über den Atlantik. Vielen Dank, Herr Präsident Joe Biden. Diese Begrüßung war nur, die meisten von Ihnen werden es bemerkt haben, mit künstlicher Intelligenz möglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie perfekt aussieht. Möglich ist das mittels Deepfakes. Fotos, Videos und Audiodateien können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz absichtlich verändert werden. Man sieht oder hört Personen, die Sachen tun oder sagen, die sie nie getan oder gesagt haben. Kein Wunder, dass Joe Biden vor zwei Wochen die Bosse der künstlichen Intelligenzfirmen Open Eye, Microsoft und Google in Washington hat antanzen lassen. Was sie tun, birgt enormes Potenzial und enorme Gefahr, sagte der US-Präsident. Potenzial in der Arbeitswelt, Verwaltung und vor allem in Heilung und Behandlung von Krankheiten. Ich freue mich heute im Publikum unter anderem Schülerinnen und Schüler der GRG 15 auf der Schmelz der Wiener Business School, Schönborngasse der AHS Wien-West und Studierende vom FH Technikum Wien zu begrüßen. Nun aber zur hellen und funkelnden Seite der künstlichen Intelligenz. Der britische König Charles als tätowierter Biker, so nie abgelichtet, aber erstellt von MidJourney einen Programm, das mit künstlicher Intelligenz anhand von Textbildern produziert. Der russische Präsident Wladimir Putin schüttelt seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky die Hand. Etwas, das unvorstellbar ist, erschafft die KI in wenigen Minuten. Barack Obama und Angela Merkel treffen sich in den Alpen. Echt ist nur das rechte Bild. Beispiele von KI, die bald sämtliche Lebensbereiche auf den Kopf stellen wird. Diese Technologie wird unsere Lebensqualität in einer Weise verbessern, die wir uns heute nur schwer vorstellen können. Künstliche Intelligenz wird die kreative Leistung der Menschheit um ein Vielfaches erhöhen. Den Anfang macht JetGBT in den November vergangenen Herbst. Kommunikation mit einer künstlichen Intelligenz, die mit ihrem Können an das menschliche Gehirn erinnert. Das Programm lernt durch den Umgang mit Menschen eigenständig dazu und wird immer besser. Doch mit der Euphorie verbreitet sich auch Angst vor Gefahren. Programme wie JetGBT4 können bereits jetzt bis zu einem gewissen Grad logisch denken. Die enorme Geschwindigkeit, mit der sie dazulernen, sollte uns Sorgen bereiten. Noch sind die Maschinen nicht klüger als wir, aber bald könnten sie es sein. Künstliche Intelligenz birgt Hoffnungen und Ängste. Welche Emotion schlussendlich recht behält, haben wir wohl selbst in der Hand. Noch sind sie nicht klüger als wir, aber bald könnten sie es sein. Wir haben JetGBT jeweils dieselbe Frage zu unseren Gästen gestellt. Welche zentrale Aussage gibt es von Ihnen zur künstlichen Intelligenz? Richard David Precht, Philosoph und Autor. Precht betont, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, komplexe Aufgaben zu lösen und viele Bereiche unseres Lebens zu verändern. Gleichzeitig warnt er jedoch davor, dass Key-Systeme auch fehlerhaft sein können und dass wir uns bewusst sein müssen, dass die Entscheidungen, die sie treffen, nicht immer nachvollziehbar sind. Johanna Pirker, Softwareentwicklerin, Professorin für Informatik TU Graz. Pirker betont die Bedeutung von Bildung und Aufklärung über künstliche Intelligenz, um die breite Öffentlichkeit über ihre Potenziale und Risiken aufzuklären. Sarah Spickermann, Institut für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft, WU Wien. Sie argumentiert, dass Key-Systeme nicht nur auf Effizienz und Leistung ausgerichtet sein sollten, sondern auch auf ethische Überlegungen und menschliche Werte wie Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit. Markus Ariege, Unternehmer, Vizepräsident Wirtschaftskammer Wien und Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien. In einem Artikel der Wirtschaftskammer Österreich vom Oktober 2019 wird Markus Ariege zum Thema künstliche Intelligenz zitiert. Seine zentrale Aussage lautet dabei, Key bietet enorme Chancen und Potenziale, um Prozesse effizienter zu gestalten und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und Florian Turski, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation ÖVP seit 2022. Mein Wissen wurde bis September 2021 aktualisiert. Und ich habe keine spezifischen Informationen zu Florian Turski als Staatssekretär oder seinen Aussagen zur künstlichen Intelligenz. Es haben alle genickt, was die Beschreibung betrifft. Schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Staatssekretär, Sie sind eben noch zu kurz im Amt für das Sprachmodell. Was würden Sie denn gerne über sich lesen, Freund oder Feind der künstlichen Intelligenz? Ich glaube vor allem hoffentlich jemand, der die Risiken ernst nimmt, aber auch die Chancen wahrnimmt, die die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung uns zukünftig geben wird. Künstliche Intelligenz, und das haben Sie bereits ja ausgeführt, auch im Clip, wird eine unglaubliche Chance für unsere Gesellschaft werden, wird unser Leben besser, einfacher, hoffentlich auch länger machen mit enormen medizinischen Fortschritten. Aber wie so oft in der Technologie sind wir jetzt auch bei einem Punkt, wo wir klare Regeln aufstellen müssen. Was soll mit dieser Innovation möglich sein und was nicht? Und das, dafür trete ich ein. Sie haben es schon für eine politische Rede verwendet, JetGPT, wo und warum? Lustigerweise beim UN-Sonderbeauftragten für die Digitalisierung, weil ehrlich gesagt mir das Skript, das mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereitet haben, auf Englisch nicht unbedingt gepasst hat. Und deshalb habe ich es einmal probiert und habe es dann auch natürlich in einen Kontext gesetzt. Habe aufgeklärt, dass es mit künstlicher Intelligenz gemacht wurde, was die Vorteile, was die Nachteile davon waren. Ihr Staatssekretär hat es im Finanzministerium angesiedelt. Viele wissen nicht, dass Steuerakte, also künstliche Intelligenz wird eingesetzt, wenn man Steuerakte prüft. Herr Precht, Sie haben das letzte Buch, das Sie geschrieben haben, künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, wo es darum geht, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf das Selbst, auf das Menschenbild, auf die Gesellschaft hat. Und es gibt eine Kennzahl, wo man weiß, wie gut wird und wie schnell wird Technologie eben angenommen. Und zwar, ab welchem Zeitpunkt gibt es eine Million Nutzer. Und hier gibt es, bei Twitter waren es zwei Jahre, Facebook zehn Monate, bei Instagram waren es 75 Tage und bei ChatGPT fünf Tage. Inzwischen eben über 600.000, die zugreifen über das Web. Also hier sieht man, es ist einfach so derartig schnell, dass wir gar nicht wissen, wie wir da überall mithalten können. Und der Economist hat, finde ich, eines der besten Cover gehabt zur künstlichen Intelligenz. Wir sehen es kurz eingeblendet. Im Englischen heißt es ja natürlich AI, Artificial Intelligence. Und im Leitartikel stand, die raschen Fortschritte in der KI wecken sowohl Ängste als auch Begeisterung. Heiligenschein oder Teufelszeug, Herr Precht? Was erschaffen wir gerade? Ich würde sagen, beides würde ich nicht benutzen. Ich würde sagen, weder Teufelswerk noch Heiligenschein. Sondern am Ende ist Technik immer so gut oder böse wie die Menschen, die sie einsetzen. Und deswegen ist es natürlich enorm wichtig, dass wir entsprechende Regelwerke haben, die diese Technik, sofern das möglich ist, und das werden wir ausprobieren, eindämmen können in ihre negativen Auswirkungen. Das wird ein ganz, ganz großes Programm für die nächsten Jahre sein. Und früher war man da immer sehr, sehr langsam. Man erinnere sich an dieses Ungetüm, Europäische Datenschutz-Grundverordnung, wo man also mal Jahre hinter allem hinterherhinkte und am Ende kam dann so ein Homunculus dabei raus. Diesmal hat man sich nur zweieinhalb Jahre Zeit gelassen. Das ist für die Europäische Union relativ wenig. Mir wäre lieb gewesen, man hätte sich noch deutlich weniger Zeit gelassen. Dann ist es nicht so, dass die Techniken erstmal da sind und dann muss man regulatorisch versuchen, da wieder hinterherzukommen. Sondern beim nächsten Mal wäre es besser, wenn wir das noch schneller machen würden und diese Entwicklung auch nicht so unterschätzen. Wir haben, glaube ich, die zeitliche Entwicklung bei ChatGPD massiv unterschätzt und auch natürlich diese Skalierung, von der Sie gerade gesprochen haben. Also das ist so dermaßen nützlich, dass hunderte Millionen Menschen das tatsächlich jetzt schon benutzen. Und die Regulatorik kommt meistens viel zu spät. Zur Regulatorik kommen wir auf jeden Fall bald. Frau Birker, Sie haben Softwareentwicklung studiert, unter anderem am renommierten Forschungsstation Massachusetts Institute of Technology in Boston. 57 Nobelpreisträger haben die hervorgebracht. Das Forbes-Magazin hat Sie 2018 gelistet unter die 30 interessantesten Personen in Europa, oder Köpfen Europa unter 30. Und momentan sind Sie an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Sie sagen in erster Linie eben riesige Chancen für Wissenschaft, Industrie, Medizin. Wie werden wir denn Ihrer Meinung nach produzieren, arbeiten, lernen und leben mit der KI? Macht KI unser Leben besser? Ja, also es ist eben dieses zweischneige Schwert, so wie wir vorher, glaube ich, schon gehört haben. Ich möchte immer darauf betonen, dass es wirklich viele Chancen gibt. Und wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Ich möchte kurz auch sagen, KI ist ja nichts, was ganz Neues. Also diese Systeme und diese Ideen dahinter und auch schon die ethischen Grundfragestellungen gibt es da wirklich schon seit Jahren und auch Ideen, wie man das eigentlich auch vielleicht regulieren könnte. Aber ich denke mal, wir sehen auch 2019 ist zum Beispiel ein Breitbandantibiotikum entwickelt worden, dank der KI, auf das der Mensch nie gekommen wäre. Also wir müssen da wirklich den Fokus auch setzen auf Potenziale, aber natürlich in einem sicheren Framework. Und das Gleiche mit der Bildung. Also ich glaube, wir müssen Bildung komplett neu überdenken, aber genau da sehe ich auch extreme Chancen, wie uns künstliche Intelligenz helfen kann, Schülerinnen und Schülern auch personalisierte Bildungsmöglichkeiten zu geben oder wirklich gezielt zu helfen, wenn wir in Lernschwächen sind und vor allem auch Bildung breiter zu gestalten. Es sind ja sehr viele, die inzwischen einfach ausgeschlossen werden und von unseren Schulsystemen, also nicht nur in Österreich, aber weltweit, einfach irgendwo verloren gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Systeme dann einfach unterstützen können und Bildung zugänglicher machen. Frau Spickermann, Sie haben ein Buch geschrieben, Digitale Ethik. Es geht eben um die ethischen Leitplanken. Und der Ethikrat in Deutschland hat ja ein Papier vorgelegt, knapp 300 Seiten, und meint, dass wir überhaupt nicht gerüstet sind mit diesem Werkzeug der künstlichen Intelligenz, also im Umgang damit. Und Sie haben 2021, vor zwei Jahren, schon gemeinsam mit 34 anderen, sechs Kontinente, sechs Jahre lang daran gearbeitet, ein Handbuch erstellt für Unternehmen, damit sie eben richtig damit umgehen, Softwareentwicklung etc. Trifft das auf dieses Sprachmodell zum Beispiel zu, wobei man ja sagen muss, dass die Technik dahinter ja dann noch viel, viel mehr kann? Es ist ganz sicher, dass die Technologie nur dann Chancen für den Fortschritt hat, wenn sie so gebaut wird und entwickelt wird und eingesetzt wird in den einzelnen Bereichen, dass sie auch die Werte entfalten kann, die für unsere Gesellschaft gut sind. Im Moment wird Technik so aber überhaupt nicht gebaut. Technik wird probiert, ausprobiert. Man sagt ja auch im Valley dann immer, release early, release often. Haus schnell raus, probier es mal, guck mal, was passiert. Und solange diese Entwicklungsmentalität besteht, teile ich leider eine ganz kritische Meinung, dass das nämlich Feuerzeug ist, wo wir uns unheimlich, unheimlich verfürchten müssen, weil eben die Entwicklung nicht so kontrolliert stattfindet. Und das Handbuch ist ein ISO-Standard. Aber ein ISO-Standard, der von diesen Firmen wahnsinnig gerne ignoriert wird, weil er nämlich bedeuten würde, dass die Entwicklungskosten sich wahrscheinlich verdoppeln. Dass man Assessments machen müsste, dass man vorab denkt, welche Werte könnten verletzt werden. Und diese Kosten will keiner bezahlen. Herr Arrige, Sie haben ein Grafikunternehmen. Verwenden Sie KI und wenn ja, wie? Wir verwenden das schon seit einigen Jahren. Beschäftigen uns natürlich auch schon seit einigen Jahren damit, weil man als Unternehmer muss, muss man sich natürlich den Zeiten anpassen. Also man kann nicht darauf warten, dass Politik etwas gestaltet, sondern muss für Kunden Ergebnisse liefern. Und an der KI kommt man da gar nicht mehr vorbei. Weder im Grafikdesign-Bereich noch, wenn es um Filmbereich geht, der Fotografie, Moodboards entstehen lassen, Texte natürlich entstehen lassen. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Bereich. Deswegen beschäftigen wir uns als Agentur, aber auch als sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, steht schon einige Zeit damit, versuchen das auch zu uns in die Kammer reinzutragen, Wirtschaftskammer, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich glaube, das ist bei weitem noch nicht gegeben. Aber wir sehen das eigentlich durchaus positiv. Also wir müssen ja auch die Chancen nutzen. Also Unternehmerinnen und Unternehmer möchten wir uns entwickeln. Wir wollen neue Produkte entstehen lassen. Wir wollen bessere Dienstleistungen entstehen lassen. Wir wollen unsere Mitarbeiter entlasten. Was ich für mich ganz entscheidend finde an dem Punkt ist vor allem, dass uns diese Technologie es erstmalig ermöglicht, die Schwächen auszuradieren, die Schwächen, die ich persönlich habe, um meine Stärken weiter stärken lassen zu können. Also Fremdsprachenkenntnisse, die ich nicht habe, kann ich mir übersetzen lassen, kann ich mir helfen lassen. Ich kann ältere Personen, können Websites auf einmal verstehen und übersetzen lassen und auch interpretieren lassen, erklären lassen. Ich glaube, dass wir echt davor aufpassen müssen, eine Technologie, die wir, glaube ich, als Einzelne gar nicht wirklich verstehen können, also außer diejenigen, die sie wirklich programmieren und entstehen lassen, aus Angst, weil wir sie nicht verstehen, zu verteufeln oder uns jetzt schon Fußfesseln anzulegen. Und dann geraten wir wirtschaftspolitisch als Wirtschaftsraum Europas so ins Hintertreffen gegenüber China, Indien und den Vereinigten Staaten, dass wir, fürchte ich, sonst das zweite Mal nach der Digitalisierung den zweiten Fehler machen. Frau Pirka, Ihr Kollege quasi, Sepp Hochreiter, der ja ein Sprachmodell in Linz entwickelt hat, das SIRE quasi möglich gemacht hat, er hat auch vor zwei Tagen zuletzt in der Süddeutschen wieder kritisiert, dass er sich im Stich gelassen fühlt von der Politik, dass hier zu wenig gemacht wird. Sehen Sie das auch so? Leider ja. Also ich kann das nur unterstreichen. Also im Vergleich mit anderen Ländern oder weltweit gesehen ist Österreich bezüglich Förderungen und Unterstützung in dem Fall leider wirklich sehr weit hinten. Also man würde sich schon wünschen, also Technologieförderung ist etwas, was wichtig ist. Und vor allem, wenn wir auch sichere und ethisch korrekte Systeme entwickeln wollen, wir wollen da mitreden. Und wir können das nicht, wenn uns die finanziellen Mittel dazu fehlen. Das heißt, was passiert? Großartige Systeme, zum Beispiel das vom Kollegen Hochreiter, wird dann vielleicht irgendwo hinverkauft oder woanders weiterentwickelt. Wollen wir das? Weiß ich nicht. Das Gleiche würde ich mir halt auch wünschen mit der Bildung, wo man versucht, auch Verständnis zu schaffen für die Technologie, Ängste zu nehmen, aber natürlich auch, dass wir als Gesellschaft überhaupt mitreden können, wohin soll die Reise gehen, dass man Bildung wirklich möglichst breit auch in dem Bereich einsetzt. Und da würde ich ihm halt auch Unterstützung von der Politik wünschen. Ich möchte gerne darauf eingehen. Ich kenne den Sepp Hochreiter schon seit Beginn meiner Amtszeit. Das ist ja noch nicht so lang, wie er auch JGPD erkannt hat. Und ich bin mit ihm in Austausch und er ist einer der wirklich ganz großen Entwickler im Bereich von KI in Österreich. Und was wir gesehen haben, ist, wir haben sehr, sehr gute Unterstützungsmodelle im Bereich der angewandten Forschung im Jahr 2021, 2022 hat die FFG allein 500 Millionen hier investiert in KI-Projekte. Also da funktioniert sehr viel. In einem Bereich, wo wir aber noch eine Lücke zu schließen haben, und das hat der Sepp Hochreiter auch so recht aufgezeigt, ist, dass die Grundlagenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz schon ein neues Feld sind, die besondere Bedürfnisse hat. Hier besonders Rechenleistungen. Nicht nur damit eben auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch hier im Publikum, dass die Niederlande das mit 2 Milliarden fördert, Deutschland mit 5 Milliarden und Österreich mit 7 Millionen. Diese Zahl kann ich so nicht nachvollziehen. Ich habe gerade gesagt, also allein 2021, 22, 500 Millionen in die angewandte Forschung bei künstlicher Intelligenz von der FFG. Und es gibt noch andere Programme, wo künstliche Intelligenzprojekte unterstützt werden. Gut, da muss man unterscheiden, was fließt in die Unternehmen, was fließt in die Grundlagenforschung. Ich kann nur, die Frau Birker ist ja in der Forschung. Ganz richtig. Also das, was der Sepp Hochreiter ausgeführt hat, ist auch richtig. Da haben wir eine Lücke. Und das betrifft insbesondere auch Rechenleistungen, die ganz, ganz wichtig sind bei der Forschung. Aber wird diese Lücke geschlossen, um das geht es? Wir sind gerade mit ihm in Diskussion. Er hat uns das aufgezeigt. Ich war letzte Woche auch bei ihm, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Parlamentsparteien. Und wir sind jetzt in Gesprächen, wie wir diese Lücke schließen. Und wir werden diese Lücke schließen. Es ist halt wirklich manchmal ein bisschen frustrierend, als österreichische Forscherin, wenn man einfach sieht, wie es, natürlich in der Schweiz ist es ein ganz anderer Zustand, aber wenn man auch, wenn man es in Deutschland sieht, welche Förderermöglichkeiten es gibt und was wird halt passieren, dass sehr viele gute Forschende einfach das Land verlassen, auch wenn sie es nicht wollen würden. Aber, und mit den Forschenden natürlich auch die Technologien das wissen. Und ich glaube, das war ja auch beim Hochreiter der Fall. Ich glaube, 20 Mitarbeitende hat er es kündigen müssen, die erst in die ganze Welt gehen mit dem Wissen. Das ist halt schade für den Standort. Jetzt haben wir gehört, Herr Brecht, die Frau Birker hat gemeint, dass man das eben zum Beispiel in der Schule einfach mit integrieren soll. Und dass es, also bei uns kommt ein neuer Lehrplan, glaube ich, wird im Herbst in Kraft treten. Ich schaue jetzt nämlich gerade zu einem Lehrer, zu Bernhard Gmeiner. Ein neuer Lehrplan in Kraft treten, an dem, glaube ich, 15 Jahre jetzt gearbeitet wurde. Die Frage ist ja tatsächlich, wie soll man, also soll man das integrieren oder soll man es verbieten? In New York zum Beispiel ist es verboten worden, JET-GPT in einzelnen Distrikten. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass die Schule viel größere Probleme hat als diese Frage, das muss ich dazu sagen. Also die größten Probleme der Schule ist nicht die Frage, wie viel Technologie in der Klasse stattfindet oder im Schulunterricht. Da gibt es in Ländern sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Das Interessanteste ist, das haben Sie auch gerade gesagt, ist die Frage, wie kriegen wir individualisiertes Lernen hin. So, und da müsste man von dort aus denken, also nicht von der Technik erst mal denken, sondern erst mal von der Frage, wie kann man das schaffen, diesen merkwürdigen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, in Österreich müsste man sagen, habsburgischen Sozialismus nennen, ja, dass jedes Kind den gleichen Stoff im gleichen Alter irgendwo machen muss, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Und dann muss man in der zweiten Stelle fragen, wo kann Technik ein interessantes Hilfsmittel sein, das individualisiertes Lernen ermöglicht. Das wäre zum Beispiel, dass es ja Möglichkeiten gibt, Mathematik, vielleicht sagen wir mal gerade so in der Mittelstufe, ja, wo sie eigentlich fast unmöglich ist für den Lehrer, weil das Leistungsgefälle wahnsinnig auseinander geht. Das kann man natürlich viel individualisierter mit Computerprogrammen und so weiter machen. Also da hätten wir schon ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Was ChatGPT anbelangt, verstehe ich die Sorge, die Lehrer haben, weil man sich sagen kann, okay, also heute muss niemand mehr, der aus der Schule kommt, rechnen können. Außer er macht einen Beruf, wo er das können muss. Aber auch das ist ausgesprochen selten, weil er hat alle Apparaturen, die er dafür braucht, zur Verfügung. Also das einzige Mal, dass ich in meinem Leben rechnen muss, ist beim Doppelkopf spielen und beim Einkaufen. Und ansonsten brauche ich kein Rechnen. Wenn es aber in Zukunft so ist, dass alle erdenklichen Texte von ChatGPT geschrieben worden sind, stellt sich die gleiche Frage, warum lerne ich denn eigentlich noch schreiben in der Schule? Das wird also dann von Jahr zu Jahr zu Jahr immer, immer schwieriger zu sagen, wenn diese Kompetenz doch gar nicht mehr notwendig ist. Ich hätte zwar ein starkes Argument, warum man das machen soll, weil ich glaube, man verliert einen erheblichen Teil an Reichtum an innerer Welt, wenn man nicht schreiben kann. Weil Schreiben einen auch dazu zwingt, Gedanken anders und präziser zu formulieren. Das wäre also ein wichtiges Ziel. Ich glaube aber, je mehr ChatGPT in den Schulen eingesetzt würde, umso schwieriger wäre es noch, diese Fähigkeit zu schreiben, und zwar gut zu schreiben, richtig zu schreiben und so weiter, überhaupt noch jemanden beizubringen. Und das wäre dann im Zweifelsfall eine kulturelle Verarmung. Und das würde ich mir nicht ausmalen, was dann daraus würde. Frau Spiekermann, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie finden, dass man, ich glaube, 10.000 Seiten oder so geschrieben haben muss, bevor man dann eben mit so einem Sprachmodell arbeitet. Weil Sie haben ja diese Sprachmodelle auch getestet. Ja, genau. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass ein ChatGPT nicht eine Durchschnittssprache hat, sondern jedes Kind schreibt mir erst mal 10.000 Seiten, dann wird das hochgeladen und dann lernt die KI den Stil, diesen individuellen Ausdruck eines Menschen. Und ab dann darf das Kind oder der Jugendliche dann auch mit GPT arbeiten. Die Frage ist nur, ob solche Art von Anwendungen, das war ja ein super Start-up, ob wir das überhaupt hier in Österreich entwickeln könnten, weil ich bin mir nicht sicher, dass die dahinterliegende Transformer, diese KI-Technologie, das sind ja alles Algorithmen und Cloud-Systeme, die in den USA liegen und wo wir überhaupt keinen Einblick haben in die Technologie, dass wir überhaupt noch solche Start-ups und solche Ideen ausleben können, weil wir am Tropf hängen von diesen ausländischen Systemen, die wir eigentlich hier in Österreich oder im deutschsprachigen Raum selber betreiben, aufbauen und Know-how entwickeln müssen. Bevor ich gleich zu Ihnen nochmal komme, Herr Riege, wir haben ja Schüler da und Schülerinnen und einen Lehrer und das ist Bernhard Gmeiner und ich glaube die Lena, wenn ich es mir jetzt gemerkt habe, Sie haben schon im Dezember nämlich einen Gastkommentar geschrieben im Standard und darauf aufmerksam gemacht, da kommt was Großes irgendwie auf uns zu und wie soll man damit umgehen? Wie gehen denn Sie damit um? Naja, es ist allgegenwärtig. Das merkt man auch, dass es jetzt in der Schule angekommen ist und ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt, es ist bei mir in meiner Vorbereitung im Unterricht tätig, im Einsatz und ich merke es in der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, dass es einfach sehr oft Thema ist, verwendet wird und es verändert für uns Lehrende einfach die Herangensweise bei den Aufgabenstellungen auf alle Fälle. Aber heißt das, also die Schüler und Schülerinnen, schreiben die jetzt noch Hausübungen, Texte zu Hause? Das weiß ich nicht. Die Kinder, ich spreche das offen an, wir reden drüber und ich persönlich habe zum Beispiel, wenn es ums Texteschreiben geht, diese Arbeit jetzt in den Unterricht verlagert und Trainieren übt das mit den Kindern im Unterricht und Hausübungen, Texte schreiben, ist schwierig das dann zu überprüfen, es gibt wenig Modelle, die das effektiv auch überprüfen können und da gibt es halt andere Möglichkeiten, dann macht man halt einen Monolog, den man hochlädt und dem Lehrer dann abgibt. Das wollte ich Sie fragen, also ein Audio, also einen Audio-Monolog, wie schaut das aus? Naja, einer der wenigen Vorteile von der Pandemie war, dass die Schülerinnen und Schüler sehr schnell lernen haben müssen, wie man digital arbeitet und jetzt kann man das sich zum Nütze machen, dass man über Plattformen wie Microsoft Teams oder Google Classroom Sachen abgibt, in analog, auch in digitaler Form, wo man Audio-Dateien hochlädt. Lena, du verwendest ChatGPD, wo ist es gut, wo ist es hilfreich, wo weniger? Also ich finde, zum Texte zusammenfassen zum Beispiel oder für Textinspiration finde ich sehr gut und ich verwende es auch dafür, aber einen richtigen Text verfassen lassen würde ich nicht, weil die Sprache ist halt einfach nicht so, wie ich schreiben würde, aber zum Aufbau von einem Text finde ich es gut. Vielen Dank Ihnen beiden, dann hat die Frau Spiekermann mit ihrer Idee, mit den 10.000 Seiten unter Umständen recht. Herr Arriege, Sie wollten was sagen, was eben die Unternehmen betrifft. Es geht um den ganzen Themenkomplex und Herr Staatssekretär, ich will Sie ja nicht ungern aus Ihrer heilen Welt herausreißen. Die 500 Millionen, haben Sie schon in einem Interview mit Standard gesagt, der Standard habe Sie schon korrigiert auf 12 Millionen. Die 500 Millionen sind für die gesamte Grundlagenforschung in Österreich, für die gesamte Grundlagenforschung und nicht nur für die KI, leider Gottes nicht nur für die KI. Und um irgendwie einmal Zahlen auch ins Spiel zu bringen, die USA investieren in den nächsten Jahren 250 Milliarden Dollar. China investiert in den nächsten Jahren 150 Milliarden Dollar. Die EU hat gerade beschlossen, für die nächsten 10 Jahre eine Milliarde pro Jahr. Das sind die Dimensionen, von was wir reden. Microsoft investiert alleine 11 Milliarden in ein Produkt, JGPD. 11 Milliarden ein Konzern. Und Europa 10 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Ich kann mir da der Professor Smickermann nur anschließen. Wenn wir so Standardpolitik in Europa betreiben, wenn wir so Standardpolitik auch in Österreich betreiben, und ich habe auch mit dem Herrn Sepp Hochreiter gesprochen, der war verzweifelt. Der ist verzweifelt, weil er Modelle hat hier in Österreich, die besser werden als die amerikanischen. Und es scheitert daran, dass er 200 Millionen Euro aufstellt, damit er seine Mitarbeiter behalten kann. Das ist wirklich, wenn wir so weiter Standardpolitik betreiben, dann geht es nicht weiter. Und es ist ja auch sehr naheliegend, wenn der Herr Bundeskanzler in seiner Zukunftsrede über die Nation, wie geht es weiter in den nächsten 5 bis 10 Jahren, zweimal Digitalisierung in den Mund nimmt. Und das Wort künstliche Intelligenz kommt gar nicht vor. Dafür rühmt er sich, dass wir 2022 die digitale Grundausbildung in den Schulen eingeführt haben. 20 Jahre nach Beginn der Digitalisierung. Und ich kann Ihnen nur ganz persönlich sagen, von meiner Tochter, die dieses Fach jetzt besuchen darf, Kopf- und Fußzeilen in Word einrichten darf, aber selbstständig eigentlich schon Avatare über künstliche Intelligenz erstellt, auf Plattformen wie Roblox eben unterwegs ist. Und wir machen digitale Grundausbildung auf dem Niveau von Kopf- und Fußzeilen im Word. So kann man einen Standort nicht entwickeln. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mich haben in den letzten Tagen so viele Start-ups angerufen, die gesagt haben, es ist verheerend, die Standortpolitik. Wir kriegen nicht das Geld. Die Forschung wird ausgehungert. Europa hat keinen Plan. Und das Einzige, was Europa einfällt, ist Regulierung, Regulierung, Regulierung. Und in der Zwischenzeit fährt uns wieder Amerika, China davon, mit ganz eigenen Systemen. Und die österreichischen Firmen, die europäischen Firmen müssen sich anstellen, um Rechenleistung bei Google zu bekommen. Also, Freck, ich finde das Thema nicht unbedingt richtig für parteipolitische Auseinandersetzung. Ich bin auch froh, dass das im Parlament zu diesem Thema so nicht stattfindet. Was, glaube ich, schon der Fall ist, ist, dass Österreich sehr viel für die Standortpolitik auch in der Entwicklung und Forschung tut. Egal, ob das die FFG ist, egal, ob das die AWS ist. Und da passiert auch sehr, sehr viel bei der künstlichen Intelligenz. Ich unterschreibe das, was der Sepp Hochreiter sagt, dass wir hier eine Lücke haben, die auch zu füllen ist. Was aber jetzt Ihr Argument betrifft sozusagen, dass sich Europa mit der Regulierung aufhält. Wir müssen schon sagen, das, was wir mit dem AI-Act gerade schaffen, das ist so ähnlich wie das Strafrecht in der analogen Welt. Und das brauchen wir jetzt auch für die digitale Welt, für die Maschinen. Und ich weiß nicht, wie das Verbieten von Massenüberwachung oder Ähnliches unbedingt Innovation in Europa aufhalten soll. Das verstehe ich nicht. Wichtig ist bei dem AI-Act, dass wir Innovation zukünftig zulassen. Wichtig ist aber auch, dass wir als Politiker in Europa sagen, wir haben gewisse Grundwerte, die wir vertreten. Und deshalb wollen wir auch, dass gewisse Dinge erlaubt und gewisse Dinge nicht erlaubt. Nur kurz kurz. Nein, aber jetzt möchte ich nur, damit man gleich auch zu Hause sieht, dieses Regelwerk, ja, diese AI-Act. Und Sie haben schon alle gesagt, wie wichtig es ist, das zu regeln und dass uns die Zeit überholt, x-fach. Also es werden kluge Regeln für die Maschinen gesucht. Finden wir sie mit diesem sogenannten AI-Act, Artificial Intelligence Act, ist ein Gesetzespaket, das den Umgang mit künstlicher Intelligenz regeln soll. Was ist künftig erlaubt und was eben nicht. Der sogenannte AI-Act wurde am Donnerstag in Ausschüssen des EU-Parlaments mit großer Mehrheit angenommen. Mitte Juni soll über ihn abgestimmt werden. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. What's up, TikTok? Mit dem Gesetzesentwurf sollen etwa KI-Systeme verboten werden, mit denen man Deepfakes produzieren kann, also unechte, aber realistisch wirkende Medieninhalte. Verboten werden auch von KI-gestützte Überwachungskameras zur Erstellung von Gesichtserkennungsdatenbanken. Generative Systeme wie JetGBT müssen laut dem Gesetzesentwurf außerdem kennzeichnen, dass Inhalte durch KI generiert wurden. Bis Ende des Jahres soll das Gesetz EU-weit beschlossene Sache sein. Es wäre das erste Gesetz weltweit, das künstliche Intelligenz reguliert. Dezidiert ausgenommen vom Gesetz ist der militärische Bereich. Ja, also wir haben es in der Hand, ob wir damit zurechtkommen oder nicht. Künstliche Intelligenz auf Deutsch, Artificial Intelligence auf Englisch, das sei einfach nur so gesagt. Wenn Sie das hören, Herr Brecht, man muss dazu sagen, es wird jetzt noch verhandelt mit allen Ländern und wenn alles gut geht, 2025 soll es ja dann reglementiert werden. Das ist ja trotzdem sehr spät. Aber so etwas wie am Anfang, wie wir gezeigt haben mit Präsident Joe Biden, würde dann verboten werden. Sagen Sie, das ist gut? Ja, also ich bin nicht ganz sicher, ob es durchführbar ist, aber wenn man das könnte, wäre das natürlich gut. Man muss sich mal überleben. Wir leben heute ja schon in medialen Welten, wo sehr, sehr viele Bilder gefaked sind, manipuliert sind, beeinflusst sind. Und eine Folge davon ist, dass sehr, sehr viele Leute ein sehr starkes Misstrauen entwickelt haben. Misstrauen gegenüber Informationen jeglicher Art. Wir haben heute Rekordzahlen in Österreich wie in Deutschland auch von Leuten, die dem Staat misstrauen, die den Leitmedien misstrauen und so weiter. Das sind ja Corona-Zeit stark angewachsen und nicht wieder zurückgegangen. Wenn wir dann in eine Welt kommen, wo wir immer damit rechnen müssen, dass jegliche Form von Information, jeder Nachrichtenfilm und so weiter, das alles immer theoretisch gefaked sein könnte, dann werden immer mehr Leute unterstellen, dass das auch tatsächlich gemacht wird. Und für liberal-demokratische Staaten ist Vertrauen eine absolut wichtige Währung. Diktaturen brauchen das nicht. Da reicht Angst. Aber in liberal-demokratischen Staaten, die sind darauf angewiesen, dass man Vertrauen hat in die Institutionen bis zu einem gewissen Grad, in die Medien und so weiter. Und das könnte enorm leiden. Also alles zu tun, damit dieses Vertrauen nicht einem generellen Misstrauen gegen jegliche Information, jegliche Bilder und so weiter weicht, ist eine absolute Notwendigkeit, damit unsere westlichen Demokratien funktionieren können. Bei diesem Regelwerk geht es dann darum, dass ja die Risiken verschieden eingeschätzt werden sollen. Interessant ist, nur noch nebenbei bemerkt, aber dann dazu später vielleicht zu Ihnen, dass das Militär ausgenommen ist, was mir ein Rätsel ist, warum das so ist. Oder es ist ja genau da, Regelwerk braucht. Aber Frau Birker, es geht ja dann darum, minimales Risiko und eben bis zu ganz hohes Risiko. Was darf da nicht drinnen sein, wo Sie dann als Forscherin sagen, da sind uns dann wirklich total die Hände gebunden? Ja, also wie gesagt, ich finde es erstens wichtig, dass man das Regelwerk so gut, also so schnell wie möglich einfach auch sieht. Auch wenn es erst verschriftlicht worden ist, wenn es später erst beschlossen wird, dass man einfach sehr früh darauf reagieren kann. Und ich glaube auch die amerikanischen Firmen haben sich sehr, sehr gut darauf gefreut. Also was auch wichtig ist, ist, dass wir zum, oder was glaube ich auch ein Teil davon war, dass zum Beispiel auch die Datensätze bekannt werden sollen. Das ist natürlich was, was für uns relativ wichtig ist, auch aus dem Forschungsbereich. Also die Daten, mit denen das gefüttert wird. Genau, die Daten, die quasi... Ist das überhaupt möglich? Die Daten, mit denen es gefüttert wird, veröffentlichen, das soll schon möglich sein, ja. Also in dem Fall von ChatGPD, die ganzen Texte, auf denen es passiert, ob das Wikipedia-Einträge sahen oder Newsartikel. Und diese Transparenz zu vermitteln, ist natürlich schon sehr wichtig und auch um Wettbewerbsvorteile eventuell zu vermindern. Das ist natürlich für mich als Forscherin auch wichtig und relevant, auf welchen Daten dann die Ergebnisse passieren. Aber grundsätzlich, also ich kann das nur unterstreichen, dass das sehr wichtig ist, dass man erstens so früh wie möglich Zugriff hat auf diese Regelwerke, auf diese Potentiellen und dass wir Regeln haben. Ja, ich glaube, jeder ist für Regeln. Aber ich möchte mich noch einmal ganz kurz einschalten wegen der Parteilichkeit oder Parteienhintergrund. Ich ergreife Partei für die österreichische Wirtschaft und im Speziellen für die Wiener Wirtschaft. Und das, was in Österreich zur Verfügung gestellt wird an finanziellen Mitteln für Forschung, für Entwicklung und für Förderung von Startups ist zu wenig. Wenn Sie von Millionen reden, redet die restliche Welt von Milliarden. Und das ist genau der Gap, den Sie nicht schließen wollen oder können. Und das muss ich halt einfach für die Wiener Wirtschaft, für die österreichische Wirtschaft einmahnen. Da ist mehr zu tun. Sie müssen mehr tun. Das, was Sie tun, ist zu wenig. Herr Arniger, was sagen Sie zu dem Regeln? Aber die Regeln sind natürlich wichtig. Ich habe mir das sogar mal angetan über das Wochenende. Wirklich diesen EU-Act auch durchgelesen. Und zwar komplett durchgelesen. Für mich ist es ein bisschen so ein Dokument der Angst. Und das sind ja auch die Beispiele, die gebracht wurden, spielen ja auch ein bisschen mit Angst. Ich kann die Angst nachvollziehen. Und Sie haben jetzt selbst gesagt, es geht um die Quellen und die Seriösität von Quellen. Ist vielleicht eine Renaissance auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dann, weil eine seriöse Quellenquelle also dient dann und auch weiß, welche Bilder gemacht werden. Ich kann aber auch nur sagen, als jemand, der aus der Kreativwirtschaft kommt, dass die Manipulation von Bildern nichts Neues ist. Es wird halt jetzt von einem Computer gemacht oder halt von einer künstlichen Intelligenz. Dass wir in der Werbung schon immer Köpfe montieren konnten, jemanden in einen Film hinein montieren konnten. Das ist wirklich nichts Neues, dass Foto manipuliert wurden vom zweiten bis zum dritten oder weiß ich welchen Krieg, den es da immer wieder gibt. Das ist ja leider Gottes Realität. Und ich glaube, die größte erste Fake-Quelle, die entstanden war, ist durch die Erfindung des Buchdrucks passiert. Da ist die erste große Fake-Quelle, wenn man so will, auch über Europa gewandert. Neue Technologien bieten sich an, dass sie, und da gebe ich Herrn Precht vollkommen recht, der Mensch es nutzt. Und kriminelle Energie, die im Menschen leider Gottes auch vorhanden ist, das Schlechte, das Böse wie die Lüge, kann man leider nicht regulieren. Das ist eine kriminelle Energie, die immer wieder nach Möglichkeiten sucht, sich auch auszudrücken und die wird diese Technologie verwenden. Aber wir als Unternehmer wollen nicht Massen überwachen. Das mag der Staat, das sollten wir wirklich strengstens regulieren. Das Militär, ich glaube nicht, dass das Unternehmen Interessen haben, zu überwachen. Aber wenn wir zum Beispiel Gesichtserkennung verbieten wollen, dann werden wir ein Problem kriegen, zum Beispiel beim autonomen Fahren. Ohne Gesichtserkennung kein autonomes Fahren. Das ist absolut wichtig. Deswegen können wir nicht so drüber hinweggehen, dass wir das Gesichtserkennungsprogramm zum Beispiel verbieten oder biometrische Programme verbieten wollen im Einsatz mit KI, weil uns das technologischen Fortschritt hier in Europa behindern würde. Ich glaube, er wird dann woanders passieren, ob das jetzt in den USA ist oder ob er in China sein wird oder in Indien passieren wird. Und es wäre meine große Angst, dass wir zum Beispiel diesen großen Bereich der Automobilindustrie in Europa dadurch verlieren, weil wir künstliche Intelligenz den Autoherstellern nicht ermöglichen. Zunächst einmal ist es durchaus so, dass man sagt, persönliche Daten oder überhaupt Daten sind das Öl der Digitalökonomie. Das heißt, natürlich gibt es ein Interesse daran, aller wirtschaftlichen Player so viele Daten zu sammeln wie möglich. Die Datenschutzgrundverordnung hat gezeigt, dass Gesetze überhaupt nicht effektiv sein können. Leider auch so ein 100 Seiten starkes Gesetz, an das sich unglaublich wenige Player wirklich halten. Nur wir müssen immer klicken und OK drücken. Das ist ungefähr das Einzige, was bei uns ankommt. Und das ist auch eine Gefahr, die ich sehe bei dem KI-Akt. Wir haben ein über 100 Seiten starkes, extrem komplexes Gesetz. Also es werden erst mal Arbeitsplätze geschaffen, vor allen Dingen bei den Juristen. Nur, ob dieses Gesetz tatsächlich schützt, ist die große Frage. Das fängt schon damit an, wie dort im KI-Akt KI überhaupt definiert ist. Was fällt denn überhaupt in diese Definition? Oder das Risikomodell. Das Risikomodell ist nämlich so, dass ich kürzlich in einer Konferenz eine EU-Kommissionarin habe sprechen hören, die gesagt hat, sie sei unheimlich stolz darauf, dass 85 Prozent der KI Services überhaupt nicht vom Gesetz betroffen sind. 85 Prozent. Und da habe ich das Gefühl, da wiegt sich jetzt die Gesellschaft in einer Pseudosicherheit. Und so schön das ist, dass High-Risikomodelle, wie eben gezeigt wurden, jetzt verboten sind, würde ich sagen, was man machen muss, ist, dass jeder Unternehmer innovativ sich überlegt, welche Auswirkungen haben meine Technologie zum Schlechten, wie kann ich da vorbauen und was kann ich auch an Werten schaffen. Und das muss aber jeder Unternehmer tun. Das hätte auch vor 20 Jahren jeder Unternehmer getan. Nur heute, und da muss ich ein bisschen widersprechen, heute rennen die Leute hinterher hinter neuer Technologie und sie haben furchtbar Angst, dass sie was verlieren. Und die ganze Innovation ist ein Pseudo. Neu ist gleich gut. Und ich glaube auch nicht, dass gute Innovation aus Angst entsteht. Gute Innovation entsteht aus Kreativität. Jetzt haben wir auch schon vorher einige von Ihnen auch erwähnt, dass es ja um ein Wettrennen geht weltweit, also China, Asien, Indien, alle möglichen. Sie, Herr Staatssekretär, haben in einem Standardinterview gesagt, wenn chinesische KI-Systeme einen ideologischen Fußabdruck haben, dann sind sie aus dem europäischen Markt auszuschließen. Jetzt hat China ein Regelwerk herausgegeben am 11. April, das besonders streng ist, wo sie ja die Menschen haftbar machen, die das auch programmieren. Und KI-Inhalte müssten mit den sozialistischen Grundwerten des Landes übereinstimmen. Was heißt das? Wären Sie dann dafür? Also nachdem, wie Sie das gesagt haben, müsste man TikTok dann eigentlich verbieten am europäischen Markt? Es ist ja noch nicht ganz sicher, wie jetzt diese chinesische Regulierung kommt. Aber eine Sache habe ich gleich zu Beginn klargestellt, das ist noch nicht so implementiert, so wie ich das aus China weiß. Wenn es der Fall ist, dass ein Staat wirklich auf Basis von ideologischen Grundsätzen, und es dir egal jetzt welche Ideologie, auf Basis von ideologischen, insbesondere Beispiel, dass der TikTok-Algorithmus zukünftig sozialistischen Grundsätzen folgen muss, und man findet das heraus, dann sind natürlich solche Algorithmen von dem jeweiligen Markt auszuschließen. Das versteht sich für mich von selbst. Aber eben, also wenn es so wäre, dann müsste man Tiktok vom europäischen Markt nehmen. Absolut, genauso wie aber auch andere Algorithmen, die entsprechend sind. Und ich weiß, wie schwierig das ist, aber aus meiner Sicht darf ein KI-Algorithmus, natürlich, aus unserer Sicht sollte er gewisse Werte haben, sollte er verhindern, dass rassistische Angriffe zum Beispiel durchgetätigt werden und Co., aber er sollte jetzt keinem parteipolitisch, ohne dass er es offen darstellt, keinem parteipolitischen Algorithmus folgen. Was hätte denn das zur Folge? Beispielsweise, dass im TikTok nichts Schlechtes über die kommunistische Partei vorkommen darf, weil das von vornherein irgendwie hinuntergegeben wird, sodass man es gar nicht sieht. Und ich glaube, sowas wollen wir in einer pluralistischen Welt wie Österreich und Europa nicht haben. Also ich halte das hier für ein Scheingefecht. Weil TikTok und sozialistische Grundsätze sind ein Widerspruch in sich. TikTok ist eine individualistische Selbstdarstellungsplattform. Genau das Gegenteil von Sozialismus. Was hinter der Formel sozialistische Grundsätze steht, ist doch nicht irgendwie Gleichmacherei oder irgendwas, was wir sagen, das ist mit unseren Werten nicht kompatibel. Sondern das heißt doch letztendlich nur, dass der Staat ein Auge darauf hat, dass da eben nichts passiert, was ihm nicht gefällt. Wir sagen aus unserer Perspektive, wir brauchen liberale, freiheitlich-demokratische Grundsätze, denn darum dreht sich ja auch die europäische Verordnung, die jetzt gemacht werden soll. Das heißt also, dass der jeweilige Zivilisationskreis oder jeweilige politischen Leitvorstellungen einen Einfluss darauf haben, wie man Regulatorik macht, ist eigentlich das Normalste von der Welt. Man müsste sich nur die Frage stellen, wo würden das überhaupt kollidieren? Und ich glaube da im Fall von TikTok glaube ich jetzt nicht, dass da Teufelswerke oder so im Spiel ist, weil da das Wort sozialistisch steht. Abgesehen davon, dass China letztlich auch gar keine sozialistische Gesellschaft hier ausgenommen und ich würde auch fragen, wie ist das mit Geheimdiensten? Da würde ich das auch gerne mal etwas genauer wissen. Sie haben einen Punkt, wenn Sie sagen, bei der Wirtschaft wird ganz genau hingeguckt. Ein Regelwerk für Menschen, ein Regelwerk für die Wirtschaft, aber keine Regelwerk für das Militär. Ich finde, man könnte eine sehr gute Grenze bei KI einziehen. Da braucht man ein paar Unterparagrafen, um das zu definieren, aber es wäre ein sehr guter Maßstab. Der heißt, künstliche Intelligenz darf nicht über menschliche Lebensschicksale entscheiden. Das wäre die Grenze. Und wenn sie bei Militär eingesetzt wird, wenn jetzt Drohnen von künstlicher Intelligenz, die künstliche Intelligenz fällt die Entscheidung, ob die Drohne jetzt auf dieses Ziel geschossen wird oder nicht, da wird massivst über menschliche Lebensschicksale entschieden. Und wir können diesen Bereich nicht einfach ausnehmen. Also das ist das Skandalöse an dieser Verordnung. Das können wir nicht machen. Wenn wir diese grundsätzlichen humanitären Vorstellungen haben, die wir hier realisieren wollen, und sagen, wir machen hier ein Regelwerk, das zum Zweck hat, etwas, was mit den freiheitlich liberalen Grundsätzen westlicher Demokratien kompatibel ist, zu machen, dann können wir das Militär nicht rausnehmen und sagen, das ist hier ein rechtsfreier Raum, das ist was ganz anderes. Das geht überhaupt nicht. Wichtiger Kritikpunkt an diesem AI-Akt. Vollkommen richtig. Wir brauchen eine Regulierung im militärischen Bereich, wie es mit künstlicher Intelligenz aussieht. Es gibt zahlreiche Initiativen, insbesondere hier auch von Österreich auf Basis der Vereinten Nationen, wie es mit dem Umgang von autonomen Waffensystemen und Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verteidigung aussieht. Ganz richtig, gehört reguliert. Im Fall der Europäischen Union handelt es sich aber nicht um ein Verteidigungsbündnis und deshalb hat man bewusst gesagt, diese Bereiche der Verteidigung gehören auf nationalstaatlicher Ebene und sind deshalb nicht im AI-Eck Verteidigungsbündnis von vornherein so. Die US hat auch eine militärische Beistandspflicht vereinbart, das ist ja so nicht richtig. Sie tun ja so, als ob 27 Einzelstaaten kein Militär hätten. Deshalb gehört es auf nationalstaatlicher Ebene geklärt. Und diese Themen sind bewusst wie in allen anderen Acts der Europäischen Union, wenn es um Verteidigung geht, eben ausgenommen. So Frau Spickermann, wollt ihr noch was dazu sagen? Aber kein Verteidigungsbündnis. Aber trotzdem, ein Regelwerk, oder? Es ist ja nicht so, dass menschliche Schicksale nur betroffen wären im Krieg von KI. KI beeinflusst menschliche Schicksale hier und heute in massivster Form. Sie entscheidet darüber, ob Leute Kredite bekommen oder nicht, welche Zinsen sie bezahlen haben oder nicht, ob sie für fünf oder zehn Jahre oder gar nicht ins Gefängnis kommen. Sie entscheiden darüber, wer was sieht, wer was denkt, wer auf welche Demos läuft. Und wenn, wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, da, wo menschliche Schicksale betroffen sind, da sollte man eine Linie ziehen, dann frage ich mich, wo die Linie ist. Die ist längst überschritten. Nur, wir merken das gar nicht. Das läuft alles im Hintergrund. Aber genau diese Punkte sind in dem AI-Eck drinnen. Wenn es um Menschenleben geht, Frau Birker, in der Medizin ist das dann doch nicht so einfach. Da hat man vor wenigen Tagen eben an der TU Wien, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eben auch gefeiert, dass man hier besser diagnostizieren kann bei Blutvergiftung, dass man hier besser behandeln kann. Und da stellt sich dann schon die Frage, wer trifft die Entscheidung am Schluss? Wer hat die Verantwortung? Der Mensch. Was ist aber, wenn herauskommt, hätte die künstliche Intelligenz eine bessere Entscheidung getroffen? So einfach ist das nicht in dem Bereich? Es ist gar nicht einfach. Ich meine, wir wissen bei sehr vielen Bereichen, dass KI eine viel neutralere Entscheidung treffen kann. Und zum Beispiel durch die extrem gute Mustererkennung zum Beispiel auch teilweise Bilder oder kleine Anomalien in Bildern sehr gut erkennen kann. Das heißt, gerade im medizinischen Bereich sind extrem viele Möglichkeiten gegeben. Aber die Ideen wären, dass der Mensch diese Tools als Hilfsmittel verwendet, sich beraten lässt quasi durch die KI als Assistenz und dann Entscheidungen basierend auf dem trifft. Aber gerade auch im Medizinbereich gibt es dann aber doch Möglichkeiten, wie das dann vielleicht auch skalieren kann. Also wenn ich an Länder denke, wo wir wirklich noch ganz große, massive Probleme haben, und dass der Medizinbereich noch nicht gut angekommen ist und sehr viele Menschen, also gerade auch in ärmeren Ländern, gerade Kinder oft sterben, weil es zu wenig Assistenzsysteme oder medizinische Hilfe gibt, könnte da KI tatsächlich auch einen Durchbruch bedeuten, dass man mehr Menschen helfen kann durch solche Schnellrecognitionssysteme und Entscheidungssysteme. Wir haben die Bilder, die Sie sehen, haben wir in unserer Redaktion auch mit Hilfe von Midjourney gemacht und haben das gemacht, was jetzt noch nicht Pflicht ist, nämlich es gekennzeichnet, damit man es weiß. Und wir haben zum Beispiel die Frage gestellt, wie würde denn eine Welt aussehen, wenn die Politik die künstliche Intelligenz reguliert? Und dann ist das rausgekommen. Also die künstliche Intelligenz selber ist auf jeden Fall pessimistisch, was das betrifft. Und da gibt es eben, es gibt ja ein Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo die Menschen eben Sorge haben, Furcht haben, Angst haben. Da geht es um die Arbeitsplätze. Also schafft es jetzt mehr, ist es weniger weg, haben wir mehr Zeit, wie auch immer. Aber ich habe eine interessante Frage, die würde ich gerne noch einmal stellen lassen von jemandem aus dem Publikum. Als ich gefragt habe eben, was interessiert Sie an künstlicher Intelligenz? Was interessiert Sie? Ich halte schon. Mein Name ist Bernhard Dittisauer. Ich hätte eigentlich zwei Fragen, die mich interessieren. Einerseits ist es denkbar, dass man wichtige Punkte in der gesellschaftlichen Entwicklung, also Bildung, Energie, Forschung, Gesundheit und so weiter, Telekommunikation auch nicht mehr Wahlterminen unterwirft, sondern dass man gezielt, es gibt ja schon Unternehmen, die das machen, künstliche Intelligenz als unsere persönlichen Leader einsetzt. Punkt eins. Die zweite Frage, die ich hätte, wäre es vorstellbar, dass wenn wir unsere Umweltthemen nicht rechtzeitig in den Griff bekommen. So wie bei Isaac Asimov, sehr guter Punkt mit den Roboter-Gesetzen, passt ganz gut hinein. der hat eine Geschichte geschrieben, die ist die letzte Frage, wenn die Sterne verlöschen, dass künstliche Intelligenz die Menschheit rettete in letzter Konsequenz. Also wenn wir es nicht schaffen, uns selber abzufangen, uns selber zu heilen, in welcher Form auch immer, dass uns diese künstliche Intelligenz schließlich gar rettet. Also künstliche Intelligenz beim Thema Klimaschutz. Aber Sie haben auch eine Frage gehabt, was Politiker betrifft. Genau. Das war eben schon der erste Punkt, wo ich mir denke, nicht mehr unsere Themen Wahlterminen unterwerfen, sondern gezielt Politiker gegen künstliche Intelligenz ersetzen. Also sprich unsere Politiker von künstlicher Intelligenz reflektieren lassen, dass man einen Bundeskanzler, einen Bundespräsidenten und so weiter, wie es auch in Unternehmen schon passiert, gegen künstliche Intelligenz ersetzt und diese entscheiden lässt. Ob das möglich ist. Ein interessanter Ansatz, Herr Precht? Ja. Also das erste ist, ich glaube, die Frage unterstellt, dass es in der Politik um Wahrheit und um die beste Entscheidung geht. Und das würde ich sofort bestreiten. Also ich glaube, es geht um sehr, sehr viele Dinge in der Politik. Und im euphemistischen Sinne, um Wahrheit, geht es eigentlich am allerwenigsten. Es geht um Interessen und es geht um Klientel und es geht um Dinge, die man werte, mit denen man etwas interpretiert. Aber um die Wahrheit geht es eigentlich in der Politik sowieso nicht. Die spielt auch im Belohnungssystem der Politik keine Rolle. Also niemand wird dafür wiedergewählt. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, wir stellen uns mal vor, angesichts der Umweltsituation, der dramatischen Situation, in der sich unser Planet befindet, wir würden jetzt eine künstliche Intelligenz entscheiden lassen. Ja, da müssten wir die ja programmieren. Und dann würden wir sie, es gäbe nur eine Möglichkeit, sie moralisch zu programmieren, weil sie muss ja mit Moral ausgestattet sein für diese Entscheidung. Sie brauchen ja Werte, was gut ist, was schlecht ist. Und das wäre zu sagen, Leiden ist schlecht und Glück ist gut. Also eine utilitaristische Programmierung. Und wenn die dann anfangen würde, das Wohl der gesamten Menschheit zu betrachten und das Wohl des Planeten, dann würde diese künstliche Intelligenz zu dem Ergebnis kommen, das Beste ist, der Mensch wird unfruchtbar. Weil das menschliche Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass es unterm Strich mehr aus Sorgen und Ärger besteht als aus Glück. Also ist also die Tatsache, als Mensch zu leben, rein rational gesehen, nicht besonders erstrebenswert. Deswegen ist es für das Glück der Menschheit am besten. Sie wird gar nicht erst weiter geboren. Und für den Planeten ist es sowieso das Beste. Ich erzähle jetzt diese Geschichte nur, um zu sagen, wenn wir versuchen, etwas zu rationalisieren, was von seiner Sache her gar nicht rational angegangen werden kann. Denn warum würden wir dem widersprechen? Weil Menschen hängen an ihrem Leben, egal wie blöd es ist. Ja, also es ist gar nicht, dass wir immer diese Abwägung machen zwischen Leid und Glück. Tatsächlich machen wir das gar nicht. Sondern tatsächlich ist das so, dass wir ein starkes Interesse haben, aus biologischen Gründen am Leben zu bleiben. Das wäre etwas, das können wir in die KI relativ schlecht einprogrammieren. Dann klappt das große Wertebewertungssystem nicht mehr. Also mit anderen Worten, KI kann uns diese Probleme nicht abnehmen. Und sie wird dafür auch nicht ultimative Lösungen erarbeiten, die wir haben wollen. Künstliche Intelligenz sollte oder kann Politik ersetzen, Herr Tusk? Ich möchte die Gegenfrage stellen. Soll künstliche Intelligenz Richterentscheidungen zum Beispiel ersetzen? Und ähnlich, glaube ich, sehe ich es bei der Politik. Ich bin der fixen Überzeugung, nein. Weil auch vor Gericht die Frage, ob schuldig oder unschuldig, das sind alles Fragen, die aus meiner Sicht durch eine künstliche Intelligenz oder durch Machine Learning, wo es immer um eine Einzelfallbetrachtung geht, genauso wie in der Politik nicht ersetzt werden kann. Stuart Russell, Herr Riege, ein Computerwissenschaftler von Berkeley, hat gemeint, dass es natürlich, also wenn man als Beispiel hernimmt, Graffiti zu entfernen, dann wird es irgendwann jetzt möglich sein, dass eben Roboter natürlich gefüttert mit künstlicher Intelligenz das irgendwann viel günstiger machen und dann 24 Stunden quasi durch. Und dass sich das dann auf alle Bereiche quasi umsetzt. Und dann wurde er gefragt, ja, aber sind Sie dann vielleicht auch nicht mehr als Wissenschaftler nötig? Er hat gesagt, wahrscheinlich nicht. Und dann die Frage, na und quasi wir Journalisten, wenn wir Fragen stellen, auch nicht. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Sie haben mir erzählt, wahrscheinlich, dass das Mittelmaß ein ziemliches Problem kriegt. Wie sehen Sie das mit den Arbeitsplätzen? Ja, ich sehe es nicht alles ganz so fatalistisch, dass alles so ganz schlecht und mühsam werden könnte. Ich kann aber die Punkte natürlich nachempfinden, dass wenn wir selber keine Kenntnisse mehr haben, dann können wir die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz nicht mehr bewerten. Also ich kann einen schlechten von einem guten Text nicht mehr unterscheiden, wenn ich ihn selbst nicht viel gelesen habe, nicht viel geschrieben habe etc. pp. Ich kann gute Werbung nicht mehr entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, wenn ich sie selber nicht entstehen lassen habe durch geistige Arbeit und weiß, wie das umgesetzt wurde. Auf der anderen sind das auch Utensilien und Möglichkeiten, die uns das Redundante wegbringen. Ein Protokoll muss nicht mehr geschrieben werden von einer Assistentin, die kann sich der Hauptaufgabe widmen, wofür ich sie eigentlich eingestellt habe. Für richtige Recherche, für inhaltliche Arbeit, aber nicht vier Stunden ein Protokoll tippen von fünf Menschen, die in einem Raum gesessen sind. Ich glaube, da sind wirklich richtige Fortschritte möglich. Natürlich gibt uns aber auch künstliche Intelligenz und das ist für mich auch als Wirtschaftsvertreter ein ganz wichtiges Asset, die Möglichkeit die Wertschöpfung und die Produktivität maßgeblich pro Person zu steigern. Und dann kommen wir tatsächlich in die Situation, dass wir darüber nachdenken können, die Arbeitszeit des Einzelnen zu verkürzen, weil der Einzelne wesentlich effektiver geworden ist durch die Hilfe von künstlicher Intelligenz, weil wir mit künstlicher Intelligenz mehr Wertschöpfung entstehen lassen. Aber was bei dem Punkt dann ganz, ganz wichtig ist und das dürfen wir glaube ich nicht vergessen, wir müssten jetzt schon anfangen, unser gesamtes Steuern- und Abgabensystem darauf auszurichten. Es kann nicht sein, dass wir die Arbeitskosten hoch belassen und Systeme mit künstlicher Intelligenz und Robotern weiterhin keinen Beitrag in die sozialen Sicherungssysteme bezahlen. Das muss man jetzt beginnen. Das sind keine Tarifreformen, das sind echte Strukturreformen. Und da ist mein Lieblingssatz, den ich immer und immer wieder sagen werde. Man kann mit dem Steuersystem des 20. Jahrhunderts das 21. Jahrhundert nicht mehr finanzieren. Wer das nicht verstanden hat, der wird Schiffbruch erleiden. Und ich sehe in weit und breit keine Initiative, dass wir nachdenken, Digitexes einzuführen. Mikrosteuern auf Daten, das Öl, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, der großen Konzerne. Wie wir mit Mikrotransaktionssteuern unser Steuersystem ergänzen. Wie wir den Faktor Arbeit um die halbieren. Lohnnebenkosten gehören halbiert. Es kann doch nicht sein, dass fünf Leute das... Großes Nicken von den beiden Seiten, aber fragen wir den, der es dann entscheiden müsste. Hat er da nicht einen Punkt? Sie haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass man Innovation nicht durch übermäßige Regulierung aufhalten soll. Jetzt reden Sie davon, dass Sie Technologie Maschinen, Roboter besteuern wollen. Wir sind derzeit in einer Situation, wo wir höchste Arbeitsstände haben, eine Gott sei Dank sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Jetzt sind wir in einer Situation, wo Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung in Zukunft derzeit auch hauptsächlich genutzt, weil es eben wenig Arbeitsplätze gibt. Bei einem gebe ich allen recht, die Digitalisierung, Künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass sich unser Arbeitsumfeld komplett verändert. Und darauf müssen wir uns einstellen und darauf müssen wir uns schnell einstellen. Wir müssen schauen, dass sich die Arbeitsplätze, die sich verändern, es werden hoffentlich nicht weniger. Ich bin der Überzeugung, es werden mehr. Es werden ganz andere Arbeitsplätze. Und wir müssen die Menschen darauf vorbereiten, dass sie in dieser veränderten Arbeitswelt auch Platz finden. Ja, also das ist nicht wirklich falsch, aber es ist, glaube ich, schwieriger als Sie sich vorstellen. Ich bin ja mit Ihnen da 100 Prozent einer Meinung. Ich glaube tatsächlich, und das müssen Sie ernster nehmen, als Sie das im Augenblick tun. Also, wir werden schon eine größere Arbeitslosigkeit kriegen im Bereich geistiger Routinearbeit. Dieser ganze Bereich der halbkünstlichen Intelligenz, die wir haben. Bürokratie, Verwaltung, regelbasierte Arbeit, für die man Intelligenz braucht, aber keine Kreativität. Und da gibt es dermaßen viele Beschäftigungsverhältnisse, die ja ab einem bestimmten erreichten technischen Implementierungsstand auch auf jeden Fall greifen werden. Das würde ich nicht unterschätzen. Jetzt kann man sagen, ja, aber wir haben ja Fachkräftemangel und wir brauchen ja die Leute in der Altenpflege und so weiter. Aber Sie können nicht jemand, der vorher bei einer Bank gearbeitet hat, sagen, wir haben eine einfache Lösung. Altenpfleger werden gesucht, das ist der Wachstumsberuf der Zukunft. Der wird dafür nicht unbedingt geeignet sein. Wir haben sowieso auch in der Geschichte nie gute Erfahrungen mit Umschulungen gemacht. Wir haben mit Weiterbildung gute Erfahrungen gemacht, aber eigentlich nicht mit Umschulungen. Und wir kommen in eine Mismatch-Situation herein. Also in eine Situation, in der die Arbeitslosigkeit steigt, bei weiter im Hohen bis steigenden Fachkräfte und Arbeitskräftemangel. Das ist das ganz realistische Szenario, was passieren wird. Und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie wäre es denn, wenn die Leute weniger arbeiten. Ich meine immer, wenn es große technische Revolutionen gegeben hat, hat das dazu geführt, dass die Leute weniger gearbeitet haben. Stattdessen ist im Augenblick überall die Rede davon, die Leute sollen bis 67 oder bis 70 oder was weiß ich was arbeiten. Also völlig gegen die Gesetzmäßigkeit. Dann muss man Arbeit anders organisieren. Und was die Besteuerung anbelangt, ich muss nicht jeden einzelnen Roboter besteuern. Aber ich könnte die Lohnnebenkosten deutlich senken, also Arbeit weniger besteuern und dafür eine Wertschöpfungsabgabe, die das pauschal rechnet. Wo es dann egal ist, ob die Leistung von einem Menschen gemacht wurde oder einer Maschine. Dann kann ich ohne großen bürokratischen Aufwand die Erträge, die durch Maschinen gemacht werden, besteuern. Aber aktuell ist es schon der Fall, dass wir erstens einen eklatanten Fachkräftemangel haben. Zweitens gerade wir in Mitteleuropa, Österreich und Deutschland damit zu kämpfen haben, weniger Leute auf den Arbeitsmarkt zu bekommen. Sehr, sehr hohe Pensionierungszahlen haben. Und da gleichzeitig darüber zu sprechen, die Arbeitszeit zu verkürzen, ist einfach momentan aus meiner Sicht falsch. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir enorm investieren müssen in Umschulung. Enorm investieren müssen in diese veränderte Arbeitswelt. Und gebe Ihnen auch recht, dass man keinen Bankangestellten von heute auf morgen in die Pflege überbringen kann. Aber die Antwort von uns kann doch nicht darauf sein, die Arbeitszeit zu verkürzen. Das würde das ganze System sofort zum Kollabieren bringen. Richtig, deswegen brauchen wir ein anderes Rentensystem. Das Rentensystem, was wir haben, ist nicht mehr zufrieden. Aber noch mal zu sagen, keiner redet von jetzt, die Arbeitszeit zu verkürzen. Das sehe ich so ähnlich wie Sie. Eine Beobachtung, die man sicherlich machen kann, ist, dass durch die Automatisierung es immer weiter zu einem Abbau von Fähigkeiten beim Einzelnen gekommen ist. Und zu einer Unattraktivität, zum Beispiel von Handwerksberufen. Das heißt, man vergöttert diese Technik und deswegen will sich keiner entschließen, genau in diese Fachberufe zu gehen. Jetzt kommt noch hinzu, dass offensichtlich Lehrer und Publikum denken, wir könnten doch die Lehrer mit künstlicher Intelligenz ersetzen. Dann werden wir nur noch Dumpfbacken produzieren. Denn eine künstliche Intelligenz kann überhaupt nicht unterrichten oder lehren, weil das geschieht mit Liebe und mit Anteilnahme und Menschen lernen nur in solchen Konditionen. Und abgesehen davon, das wird Frau Pirka ja unterstreichen können, sagen die Fachleute heute in der Informatik, dass wir es mit Wahrscheinlichkeitspapageien zu tun haben. Und dass da überhaupt keine Intelligenz drin steckt. Das heißt, wir haben eine vielschichtige Situation hier. Und vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass wir keine Generationen von Dummen entwickeln, die nicht mehr schreiben können, die nicht mehr lesen können und die noch nicht mal mehr für Handwerksberufe geeignet sind. Frau Pirka, Sie waren jetzt skeptisch. Ja, also ich glaube, wenn man weiß, wie, dass man die KI durchaus nützlich für das Lernen verwenden kann. Aber das müssen wir halt immer noch gemeinsam herausfinden. Das heißt, das kann durchaus eine sehr positive Unterstützung sein. Und dass jetzt alle Lehrenden dieser Welt wirklich mit totaler Liebe an den Beruf rangehen, das weiß ich nicht. Da würde ich mir eher neutrale, biasfreie Systeme wünschen, die alle gleich behandeln und alle Schülerinnen irgendwie positiv und dann vielleicht auch gezielt unterstützen. Ja, aber Sie wissen ganz genau, dass in der Fachliteratur gezeigt wird, dass gerade die KIs, die auf Vergangenheitsdaten trainiert werden, diese inhärenten Biases haben. Ja, ja, ja. Und wie wollen Sie die rauskriegen? Ja, ja. Auf jeden Fall, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Wir sind jetzt nicht zu dem gekommen mit dem Klimaschutz, weil auch spannend ist. Stuart Russell hat auch gesagt, dass 20 Watt braucht ein Mensch und keiner von uns eine Ahnung hat, was für Strom und für Energie die künstliche Intelligenz braucht und wir noch gar nicht wissen wohin. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen und dem Publikum hier im Studio. Reden Sie darüber mit natürlicher Intelligenz. Ich bedanke mich heute speziell bei meiner Redaktion, die diese Sendung heute möglich gemacht hat. Helga Staffler, Barbara Wolf, Diana Weidlinger, Andrea Ferstl, Marcel Katzlinger und Johannes Berterer. Nach uns sehen Sie eine ZIP-Spezial zum Ausgang der Türkei-Wahl und danach passend zu unserer Sendung den Doc-Film Human Fluch und Segen von KI von Regisseurin Tonja Hessenscheid. In dieser Dokumentation sagt der Philosoph Max Teckmark, seit Beginn der KI-Forschung war der heilige Gral eine KI zu schaffen, die alles besser kann als wir selbst. Im Prinzip bauen wir einen Gott. Bis nächsten Sonntag, auf Wiedersehen. Applaus 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 Vielen Dank.